Moin, hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir sind mitten im Anfang des Jahres, im Frühling. Und ich weiß gar nicht, warum war ich das Schlingelieben hier? Ich weiß gar nichts mehr. Jetzt nehme ich jetzt mein Fernseher mit. Was wollte ich noch? Das, das, das. Wetterer Bericht. Regen, ja großartig. Fängt ja super an. Das Glück ist... Liegt in meinen Händen, sehr gut. Das ist schon was. Damit kann ich was anfangen. Post? Nein. Okay, Sachen wachsen. Sehr gut. Boden sind fertig und passt auch schon fertig. Wir sind auch schon draußen. Nein, ich möchte den Siero nicht trinken. Können wir hier mehr? Ach ja, die Farben, die gute Farben. So, das ist Musik am frühen Morgen. Ist doch schön. Du bist jetzt auch schon unterwegs, glaube ich. Was gibt es denn hier? Müssen wir noch die Springer da stark klar machen. Das muss ich mal unbedingt in Angriff nehmen. Farbsmith habe ich ja schon abgeliefert. Von daher... Mal gucken. Äh, nein. Ich möchte gerne... So. Das kann weg, das kann weg. Die können weg. Und die können auch weg. Sehr gut. Wo können wir das... Oh, Boden passen nicht mehr rein. Ich brauche eine neue Kiste. Kriege ich auch nicht mehr rein. Das ist... Jetzt muss ich hier schon alles kross und kerstarten. Na, sind gleich hier drin. Oh je, das ist nicht gut. Ich muss die Kisten eigentlich mal verteilen. Das ist das, was ich bestimmte Sachen brauche. So kann ich da mal das ein Packen Käse herstellen. Aber erstmal eine Runde gießen. So, noch früher morgen. Bevor die Sonne rauskommt. Beziehungsweise vor der Stärke da ist. Ich muss nachher die Hände kaputt machen. Wenn sie zu nass ist. Schnell mal gießen. Das kostet natürlich wieder ein wenig Zeit. Ich muss zu Pierre auf jeden Fall heute noch. Ich muss ein paar Snip besorgen. Und dann muss ich mal gucken, was mit den Blumen da wird. Beziehungsweise Jazzblumen war das? Jazz Seeds. Dann muss ich mal gucken, was daraus wird. Hatte ich eigentlich noch irgendwas anderes zu anpflanzen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Muss ich nochmal nachgucken. Dann muss ich mal gucken, wie sieht das eigentlich mit Abigail aus. Ähm. Da fehlt noch ein bisschen was. Ah, es steht Girlfriend dran. Okay. Das heißt, zwei Geschenke muss ich ihr noch machen. Was könnte ich ihr denn schenken? Gute Frage. Hm. Was zu essen wäre nicht schlecht. Aber was? Weiß ich leider gerade nicht. Es wäre schön, wenn es ein paar Tage mal hintereinander regnet würde, wenn man das wüsste. Dann würde ich nämlich die Lieskarte mal abgeben und aufwerten. Und das müsste auch mal wieder sein. Aber wenn ich jetzt die Sprinkler baue, dann bräuchte ich das nicht. Müssen wir gleich gucken. Vielleicht kann ich ja doch... Vielleicht doch bauen. Das wäre zumindest nicht schlecht. Hier sind noch... Hier ist noch Dünger. Ich muss mal gucken, dass ich mehr Dünger besorge, beziehungsweise erstelle. Mehr Dünger! Die Tiere sind auch schon draußen. Ich vergesse mal, die Tür zuzumachen. Aber wenn sie abends wieder reingehen, ist das auch gut. Ich weiß nicht, was ich Abigail schenken könnte. Ein bisschen was würde ich da gerne noch geben. Ich weiß leider nicht genau, was das war. Schokokuchen. Aber ich kann ihnen die ganze Zeit Schokokuchen geben. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. So. Ups. Noch mal eine Runde gießen. Tja, wo ist Kussi? Da ist Kussi. Hast du dich versteckt, wa? Ja, das ist braver, ne? So. Da ist nichts. Okay, ihr habt nichts mitgebracht. Schade. Ich würde ja gerne das Gewächshaus mir wieder in den Schuss bringen. Hier sind noch ein paar Bären. Die nehme ich nochmal mit. Und dann muss ich mal gucken... Achso, ich bin jetzt gerade hier. Kann ich hier nochmal lang? Ja. Mal gucken, wie viel ich noch habe an Heu. An Futter. 16 ist jetzt nicht mehr so viel. Also wenn jetzt nicht bald ein bisschen Gras hierbei wächst, dann weiß ich auch nicht. So. Na. Dankeschön. Äh. Kannst du mich nochmal kurz... Dankeschön. Futter habt ihr noch, aber ich nehme noch welches raus. So. Zack, zack. Dann ist es auch schon fertig. Wir haben doch schon fast einen Mittag hier. Mann, Mann, Mann. Den ganzen Tag nur auf dem Hof unterwegs. Und ich würde den gerne kaputt machen, aber dazu muss ich nochmal das aufwerten. Das kostet mich ganz schön viel. Ich frage mich, was dabei rumkommt. Na, ihr beiden? Ja, ihr seid auch super, ne? Muss mich dann nochmal kurz... Äh. Darf ich? Nein, darf ich nicht. Äh. Ich möchte da gerne rein. Bitte. Dankeschön. Oh, neue Eier. Sehr gut. Da muss ich ein bisschen Platz schaffen. Und noch ein bisschen... ...nachfüllen. So, jetzt ist es Zeit für Mittagreisen eigentlich. Ähm. Ich muss unbedingt das Haus doch mal umsetzen. Ich glaube, ihr müsst da unten hin auf die große Insel. Das wäre besser. Jetzt. Lass mich doch mal durch hier. Dankeschön. So. Ich muss doch noch so viel erledigen heute, Mensch. Ich muss doch noch... Ähm. Was muss ich denn eigentlich? Gute Frage. Ich könnte mal... Ich könnte mal ein bisschen, äh... ...Käle herstellen. Goldene Eier... ...mog ich da mal rein. Dankeschön. Und wir wissen was, warum. Ich müsste eigentlich noch ein bisschen mehr aufstellen, dass ich noch mehr kriegen kann hier. Kann ich das Zeug hier irgendwo? Nein, kann ich nicht. Hier ist gar kein Platz mehr. Also wie. Tja, Salmon Berries kann ich eigentlich direkt hier reinschmeißen. So. Ähm. Muss ich eigentlich irgendwo hinzuglinzen und so? Nein, eigentlich nicht, ne? Mal gucken, was könnte ich denn noch bauen? Was haben wir denn hier noch? Metallarmee noch? Holzen bräuchte ich noch, ne? Wie viel Holz bräuchte ich denn für bestimmte Sachen? Steine bräuchte ich und Tausendmünzen bräuchte ich. Dann könnte ich Robin sagen, ich bräuchte noch einen, ähm, einen Brunnen. Das wäre noch ganz cool. Da. Eisen, Gold und Quarz. Okay, also. Wir haben Gold, vier Stück, Quarz haben wir vier Stück, Eisen haben wir auch da. Kann ich also herstellen. Na, das ist Gold schon wieder alle. Tja, ich bin am überlegen, ob ich das hier demnächst aufbaue. Müsste ich eigentlich. Haben wir denn noch Gold, was ich einschmeißen kann? Hier ist noch Gold. Und Kohle haben wir auch noch. Okay. Das kann ich zurückpacken? Ja. Das dauert ja eh eine ganze Weile, bis das fertig ist. Ein Radius von acht, also drumherum immer. Das sind eine Menge, 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 die ich hier craften muss. Ach du meine Güte. Was habe ich denn von den Dingern eigentlich schon? Einen. Jetzt habe ich fünf. Oh je. Dann werden die gepflanzt im Spring. Warum habe ich die nicht eingepflanzt? Hör damit. Dann mach die Erdbeeren da rein. So. Dann muss ich verpassen und nochmal eine neue Pflanzenreihe anlegen. Stimmt, da wollte ich nochmal einkaufen gehen, bevor der Zuhörer ist. Ich will mal gucken. Jetzt habe ich den Vierteliser da nicht drauf geknallt. Oh Mann. Ich da, hör mal. Das war wieder schneller als die Polizei erlaubt. Hier ist noch eine Starfood Seed. Im Sommer. Okay, Sommer ist noch ein bisschen hin. Ansonsten habe ich hier keine Seeds mehr. Okay, dann gehe ich nochmal zu. Ich komme nochmal später wieder, Cousine. Mach's gut. Warte mal schnell zu Pierre. Ich hätte da doch gerne noch ein paar Seeds. Ah, gucken wir mal. Ist doch schon in der 3 Uhr. Mann, Mann, Mann. Aufträge gibt es keine. Hi, Abigail. Ich bin auch froh, dich zu sehen. Was machst du gerade? Wollen wir jetzt viel los, ne? Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Chillen und ich würde sagen, wir sehen uns später. Beziehungsweise ein bisschen in die Gedanken schweifen lassen. Halb hier. Ich hätte gerne Seeds. Passt. Zehn. Brauche ich eigentlich noch irgendwas? Jazzseeds. Was sind Jazzseeds? Ich habe keine Ahnung. Grasstarter. Ich müsste eigentlich mehr davon machen. Gib mir nochmal einen mit. Ich pflanze nochmal woanders was hin. Ich hätte ja gerne noch ein paar andere Sachen hier. Aber ich habe leider keinen Platz mehr, ne? Den Katalog hätte ich auch noch nicht. Stimmt, da war noch ein Baum. Welcher war denn das? Sherry habe ich schon, Aprikose habe ich schon, Peach habe ich, glaube ich, gepflanzt, ne? Oder habe ich Pomerganate gepflanzt? Ich weiß es nicht mehr. Apfel habe ich. Da müsste ich Pomerganate gepflanzt haben. Da brauche ich Peach noch. Das heißt, ich muss nochmal 6.000 sammeln. Küchen. Hoffentlich. Ich muss mir eigentlich noch ein bisschen was mitnehmen hier an Zutaten. Kann ich die nicht selber herstellen? Mach's gut. Ich muss hier den Rucksack auch nochmal besorgen. Der kostet 10.000, ne? Dann pflanze ich mal... Uch, jetzt habe ich schon wieder vor den Zaun hier, weil ich wieder total in Gedanken bin. Ähm, die Paar sind doch schnell einpflanzen. Obwohl, hier könnte ich gerade nochmal schnell die Bären gucken. Sind doch irgendwo Würmer. Ich muss mich nochmal hoch auf dem Weg nach Würmern machen hier. Die noch vielleicht ein paar Bücher versteckt haben. Der Bus sollte auch mal wieder demnächst fahren. Hier, da muss ich mal gucken, dass ich das wieder in Schwung kriege. Da ist... Da sind noch ein paar Bücher, aber ansonsten ist hier nichts, ne? Schade. Oben könnte ich eigentlich mal gucken. Das wäre noch eine Idee. Das ist das, was ich gehe da nochmal hoch schnell. Zum, äh... Ich hätte es beinahe gesagt Schwimmbad, aber das ist ja eigentlich ein Onsen. Ein Badehaus. Obwohl, da kann ich direkt hinfahren. Nee, dauert zu lange. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ist egal, ich laufe einfach hin. Fisch muss ich noch haben. Ich muss unbedingt noch Fisch sammeln. Das ist noch so ein bisschen meine... Meine Sorge. Hi Hailey. Dass ich den Fisch noch zusammenkriege. Ich muss noch rausfinden. Oh, das haben wir. Wo ich den Fisch herkriegen kann. Den restlichen. Ich habe nämlich leider keine Ahnung. Ein bisschen was habe ich ja geschafft an Fischen, muss ich sagen. Da bin ich ja schon froh, oder? Oh, die Flebeeren. Das Haus würde ich auch gerne mal wieder ein bisschen fit machen hier noch. Wie viel Fisch brauche ich denn? Ich brauche noch eine Menge Fisch, ne? Ja. Im Ozean muss ich die noch finden. Ich weiß aber nicht, zu welcher Jahreszeit es die gibt. Und diese Spezialfische weiß ich auch nicht. Da fehlt noch der Walleye. Wo ich den herkriege, weiß ich leider auch nicht. Hier fehlt nur noch der Sturgeon. Dann hätte ich den auch komplett. Ne, mal schauen. Jetzt haben wir es fast 18 Uhr. Ich bin jetzt überlegen, ist der Händler vielleicht noch da? Muss ich morgen nachgucken. Ich bin jetzt zu weit hier oben. Ich will jetzt nicht wieder nach unten rennen, wenn der eh am 18 Uhr zumacht. Falls er am 18 Uhr zumacht, ich weiß es nicht. Kann ich auch nicht genau sagen, was ist denn los heute hier? Ähm. Würmer. Ich sehe von lauter Würmer den Weg nicht mehr, wa? Stimmt, ich muss Robin ja nochmal Bescheid geben. Da muss ich mal gucken. Tausend Münzen kriege ich noch hin, glaube ich. Hier müssen nur noch irgendwo Würmer sein, oder? Oh, da sind die jetzt ganz versteckt. Da ist noch ein Hase. Ach krass, der ist da hingegangen und dann sind die einfach rausgefallen. Okay. Keine Würmer? Sieht nicht so aus. Da ist mal dieses komische... Weiß ich nicht. Startuhren, Hühnerfußdingen. Tja, hier sind keine Würmer, ne? Ne, scheint nicht so zu sein. Hm. Schade. Ich hätte gehofft, hier finde ich vielleicht noch welche, weil ich hier nicht so oft langgehe. Tja, naja, egal. Dann sammle ich noch kurz ein bisschen was. Ach, du musst wieder Musik machen. Alles klar, ich muss wieder los, Abigail. Kannst du noch ein bisschen Musik spielen hier. Ganz im Geheimen. Na, so ein Zufall, Abigail, dass ich dich hier treffe. Können auch noch ein bisschen zusammen nach Hause gehen. Ich müsste mal so stotterhaft gehen, damit das ein bisschen gleichmäßig aussieht. Oh, jetzt stehe ich den Weg. Tut mir leid. So. Ja, so geht's. So geht's. Ich muss auch nach Hause. Schwupp. Seitenwechsel. Mensch, du gehst aber ziemlich... ... ziemlich enger mal den Weg lang hier. Schwierig. Schwierig, schwierig. Was wollte ich denn jetzt noch? Habe ich total vergessen. Ach stimmt, Würmer wollte ich gucken und ich muss die Sachen noch einpflanzen. Das wollte ich noch. Ein Stückchen kann ich noch mitgehen. Ein Stückchen kann ich noch mitgehen, Abigail. Wir haben es doch schon in halb zehn. Mann, ist das schon sehr spät. Die Zeit vergeht wie im Fluge, wa? Mach's gut, Abigail. So, ähm, da noch schnell ein bisschen Ackern auf der Farm. Und dann schnell ins Bettchen. Nicht wahr? Bis wir es gesammelt haben, habe ich auch noch ein bisschen Gras gekriegt. Oh, es ist alles fertig. Oh, oh, oh. So, komm, schnell. Zack, zack, zack. Das muss ich morgen dann da rausnehmen. Zack, 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 zack. Noch ein bisschen mehr zum Anpflanzen. So. Jetzt aber schnell. Wir haben es gleich schnell. Super. Dunkeln ist gut, wunkeln hier. Ich bin ja froh, dass ich die, ähm, die Kerzen hier noch aufgestellt habe. Ich müsste mal richtige Lampen hier hinstellen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas auch gibt. Mal gucken. Den Rest mache ich morgen. Gute Nacht. Gute Nacht, Kussi. So, schnell ins Bett. Ja. Ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.